Lieber Michael, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in München an der Bar treffen können und unter anderem über dein neues Buch, Kerl aus Koks, sprechen können. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Ja, du hast ein Buch geschrieben. Du hast das Buch Kerl aus Koks geschrieben. Du hast darin große Teile auch deiner eigenen Kindheit, deiner eigenen Jugend verarbeitet. Wie kam es denn überhaupt dazu? Also wann war der Moment, dass du gesagt hast, oh, die ganzen Geschichten, die ich da erlebt habe, die möchte ich jetzt mal so ein Stück weit aufschreiben und dann auch noch so verpacken, dass es ja keine direkte Autobiografie ist, sondern du hast dir ja quasi Paul ausgeliehen und hast ihn in viele deiner Geschichten gesteckt und auch noch so ein bisschen was drumherum gestrickt sozusagen. Ja, Paul. War ein wunderbares Vehikel für die Geschichte. Ich bin, wir haben ja diese Kerl, Koks ist ja den meisten Leuten nicht geläufig. Das ist ja nicht dieses weiße Pulver, sondern das ist eine vergütete Kohle, die sehr leicht ist, mit der kann man sich bewerfen und es tut nicht weh. Und trotzdem ist sie ultrahoch erhitzbar. Und das ist ein schönes Synonym für die Figur Paul, die nicht nur ich bin, sondern das ist Extended Version. Und es ist eigentlich nicht mal, wie Paul es auch die ganze Zeit treibt, es ist nicht mal wirklich eine Absicht gewesen, dieses Buch zu schreiben, sondern ich bin da auch wieder so ein bisschen herangespült worden an so eine Idee. Meine Agentinnen haben öfter mal bei den Geschichten, die ich so erzählt habe, wenn wir mal zusammensaßen, gesagt, Mensch, das hört sich einfach so an, als müsste man eigentlich mal aufschreiben. Mach das doch mal. Und ich habe dann irgendwann, habe ich es tatsächlich gemacht und sie haben es dann einem Literaturagenten gegeben und der fand die Idee gut, hat sie einfach in die Ausschreibung gegeben und ins Bieterverfahren und dann hat der Listverlag einfach zugeschlagen. So war es. Also Ulstein eigentlich, aber das ist jetzt ein Unterverlag von Ulstein, da ist es jetzt erschienen. Und ich bin selber erstaunt, es tatsächlich geschrieben zu haben, muss ich sagen, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Sitzfleisch habe, um das durchzuhalten. Wie war das für dich, all diese Geschichten nochmal in dir aufleben zu lassen? Ich kann mir vorstellen, es sind ja nicht nur einfache Geschichten da drin, sondern es ist ja auch durchaus viel Schwermütiges, ja teilweise sehr Tragisches auch fast schon darin enthalten. Also da macht man ja gerne mal einen Deckel drauf irgendwann, also als erwachsener Mensch und sagt so ein bisschen, na ja, das gehört zu mir, das bin ich, aber ich möchte jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie dran denken und es nochmal in mir durch erleben sozusagen. Wie ging es dir damit, das alles nochmal auch nochmal in komprimierter Form sozusagen, in konzentrierter Form nochmal aufleben zu lassen und durchzugehen? Ach, das war eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen. Weil ich habe nicht das Riesenproblem zu sagen, ich hatte jetzt irgendwie eine tragische Kindheit oder so. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mit meiner Zeit eigentlich immer auf der Augenhöhe war. Mir hat das immer einen Riesenspaß gemacht. Ich war gerne, also Kind im Ruhrgebiet, ehrlich, muss ich sagen, weil die ganzen Gegebenheiten waren halt so unperfekt, dass man da auch reinwachsen konnte. Das heißt, du hast nicht so Betonstrukturen gehabt, die geschlossen waren, sondern es war immer eine relativ offene Gesellschaft für alles. Und das macht es einfach. Das war für mich eine wunderbare Grundlage, die verschiedensten Charaktere kennenzulernen und auch zu genießen, ernsthaft. Und ich habe natürlich, es gibt immer die eine Person, mit der man sich reibt, das war in diesem Fall halt meine Mutter. Aber die hat ja nun, das ist, auch wir beide hatten unsere Geschichte miteinander und alles war gut. Also ich bin da rausgegangen, ohne das Gefühl zu haben, dass mir jemals Unrecht geschehen ist. Und deswegen konnte ich das auch wunderbar wieder aufleben lassen und hatte richtig großen Spaß daran, die Figuren zu erinnern, die mich wirklich beeindruckt haben im Laufe der Jahrzehnte. Das war ein schönes Vergnügen. Und Ihnen noch mal so einen Auftritt zu geben in einem Buch, das war gut. Das war für mich einfach noch mal so ein Sahnehäubchen obendrauf. Ich kenne das ein Stück weit von mir selbst, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt, dass man sagt oder auch reflektiert und sagt, na ja, in der Kindheit war jetzt sicherlich nicht alles in Ordnung und vieles war auch sicherlich gar nicht in Ordnung und auch ein bisschen schräg und schief. Aber am Ende des Tages, ohne irgendjemanden damit verzeihen zu wollen oder Ähnliches, aber für sich selbst, sagt man dann irgendwann zu sich, na ja, aber wenn ich das alles so nicht erlebt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich heute auch nicht der, der ich bin. Ging es dir da ähnlich, dass du irgendwann mal reflektiert hast und gesagt hast, na ja, irgendwie, es war jetzt nicht immer alles einfach, aber irgendwie hat es mich auch zu dem gemacht, was ich heute bin? Ja, ich habe mir zu der Haltung, aus Schaden wird man klug, habe ich eine sehr kritische Meinung, weil ich glaube, wenn das wirklich so wäre, sehe die Geschichte der Menschheit anders aus. Also tatsächlich. Also das ist eine nette Annahme, die vielleicht ein Stück weit funktioniert, aber was passiert ist, wenn man erkannt hat, dass da ein Schaden war, man versucht sich dagegen zu wappnen. Völlig dumme Nummer, weil man versucht nach vorne etwas auszurichten, was hinten passiert ist und nimmt sich schon wieder ein Stück von der Aufmerksamkeit für die Zukunft. Das heißt, du bist längst deine, was dich genau in die Situation gebracht hat, die vorher war, nämlich, dass du einfach nicht aufmerksam warst und hast einfach Dinge verbaselt und bumms, hat es geknallt in irgendeiner Form, wie auch immer. Und dann versuchst du also genau dir dafür eine Rüstung zuzulegen. Das kostet Energie. Energie, es lenkt ab vom Hier und Jetzt. Das heißt, du bist nicht da, wo du bist, sondern hast schon wieder die Ängste vor dir herzutragen, die du ja genau wieder erkennen willst. Du hast eine Brille auf, die dich schon wieder hindert, einfach zu sehen, sondern die schon wieder ganz klar Farben oder Schlitze hat, durch die man guckt. Das ist einfach dumm. Und deswegen, ich kann einfach nicht sagen, dass ich irgendwas gelernt habe aus dem, was mir so passiert ist. Das kann ich nicht sagen, wirklich. Sonst wäre ich nicht so oft wirklich auf die Schnauze gefallen. Klar, es hat einfach zu meiner Geschichte gehört, aber ich kann nicht mal sagen, dass ich stolz darauf bin. Ich kann nur sagen, dass ich sehr verwundert bin, dass ich immer noch lebe. Das ist eine andere Geschichte. Würdest du im Hinblick auch auf deine Mutter im speziellen Rückblick heute sagen, du kannst ihr Verhalten ein Stück weit nachvollziehen, auch aus der Zeit heraus damals, in den Jahren nach dem Krieg, war ja alles nicht so einfach. Sie war nicht verheiratet, als du zur Welt kamst. Der Vater ist ja augenscheinlich direkt abgehauen. Das war wirklich, das ist ein, man muss sich das klar vorstellen, das ist eine Hinrichtung. Das ist für eine Frau, es war später auch noch so, also es ist heute noch so, dass alleinerziehende Frauen auch ein Stigma haben, obwohl sie inzwischen Legion sind. Aber für die damalige Zeit war das eine Hinrichtung. Also die Ortsstruktur, da musste sie raus, um mich in einem anderen Ort, in einer anderen Stadt zur Welt zu bringen. Dann stand sie da, hatte ein Kind, das sie nicht wollte, aus einer Beziehung, die nicht mehr existierte. Und dann lauf mal los in so einem Alter, wo du denkst, jetzt ist das ganze Leben für mich schon im Arsch, um es mal klar zu sagen. Also ich verstehe das voll. Also keine Frage. Was wir an Grabenkämpfen hatten, bestand aus dieser Situation heraus, aus den Emotionen, die wir einfach beide hatten. und das muss man einfach sagen, das ist, so ist es halt. Ich meine, da ist jetzt nichts dran zu rütteln und wir haben beide, aber wir sind da rausgegangen und waren auch tatsächlich fertig damit. Also es war irgendwie nichts, wo ich sagen muss, um Gottes Willen, ich wünsche niemand so eine Mutter. Es war alles okay. Wir haben uns gegenseitig verdient und ich hatte ja einen guten Ausgleich mit meinem Stiefvater. Also was soll's, das war alles so, wie es sein sollte. Umso beeindruckender ja eigentlich, dass gerade in Bezug auf dich ganz persönlich dann deine Verwandten in Bayern, also deine Tante insbesondere, gesagt hat, das Kind kann ja nichts dafür. Also tun wir jetzt alles, um ihm irgendwie da auch ein gutes Leben, die ersten dreieinhalb Jahre war es ja ungefähr, deines Lebens, da auch ein gutes Leben zu ermöglichen. Ja, eindeutig. Das ist ja, das hat dann, die Kinder aus diesen Beziehungen sind dann, wenn sie mit der Mutter zusammenbleiben, ein Problem, aber für sich alleine natürlich. Das kann man, die haben mich ja quasi adoptiert. Das war irgendwie, die hatten selber nur ein Mädchen, wollten auch nur einen Jungen und dann war ich da und es war alles wunderbar. Bis meine Frau Mama auf die Idee kam, mich dann doch nochmal aus der Passagung zu holen. Okay, so ist es halt gelaufen. Aber ich weiß, dass es für meine Tante und auch für meinen Onkel ein Riesenverlust war. Wie bewusst erinnerst du das noch? Gar nicht. Also hast du gar keine Veränderung? Gar keine Erinnerung wahrscheinlich, oder? Ja. Gnädigerweise. Es gibt ja so, es gibt ja erstaunlicherweise gibt es Leute, die sich an Dinge erinnern, die unter fünf Jahren liegen. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt ein Segen. ich weiß, gerade weil natürlich, wenn man selber Eltern ist oder wurde, weiß man, dass die Anfangssituationen einfach auch die sind, wo man die meisten dummen Fehler macht. und wenn sich daran später das Kind noch erinnern, ist das nicht besonders gut, glaube ich. Da gibt es schon eine gnädige Einrichtung, dass die Erinnerung erst später einsetzt. Jetzt bekommt man ja ganz viele Werte auch in der Erziehung mit, in den Kindesjahren mit. Und auch so ein Gefühl wie Heimat ist ja etwas, was man irgendwie als Kind mitbekommt, um so ein Gefühl dafür zu entwickeln, was das eigentlich ist. oder dieses Zuhausefühlen, dieses Gefühl von Geborgenheit und so weiter. Jetzt hört es sich ja so ein bisschen so an, als hätte auch deine Mutter dazu so ein gewisses zerrüttetes Verhältnis gehabt zu Heimat an sich, eben auch aufgrund der ganzen Historie heraus. Und du mit den ersten dreieinhalb Jahren in Bayern dann wieder zurück, jetzt bist du wieder hier gelandet in München. Wie würdest du denn dein Verhältnis zu Heimat bezeichnen? Denn du hast ja auch geschrieben in deinem Buch, man kann ja nicht zwei Heimaten haben. Es gibt ja irgendwie so das Wort nur als Singular. Im Deutschen gibt es das nur im Singular, ja, richtig. Das ist so. Und das ist auch das Empfinden, das ich bei den meisten Leuten habe, dass sie, es gibt ja, also wenn du Leute triffst, die über Heimat reden, dann tun sie das nur deshalb in verklärter Form, weil sie meist nicht mehr da leben. Ja, das heißt, sie ist in einer bestimmten Entfernung. Weil ich weiß natürlich genau, wenn du so aufeinander groß wirst und ich weiß natürlich auch von meiner Verwandtschaft, dass das auch ein sehr, sagen wir mal, enger Kragen ist. Du musst das wirklich mögen. Und wenn du da reinwachsen willst und bist mit allem zufrieden, hast du ein gutes Leben, aber wenn du da Zweifel hast, geht es dir einfach auf lange Sicht dreckig. Das ist so. Für eine Jugend auf dem Land musst du zum Beispiel auch starke Nerven haben, weil du bist ständig beobachtet. Das ist halt so, die Gemeinschaft, es gibt ja diesen dummen Spruch, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Das tun die dann meistens auch. Also da nimmt man die Gelegenheit auch gerne wahr. Wir sind ja ein Volk von Erziehungsberechtigten. Das ist so. Und in diesem Fall ist es einfach so, dass ich sage, für mich war Heimat, gerade im Ruhrgebiet, dass das nun wirklich so multikulturell war wie nur irgendwas. Und das auch von eine vollkommen selbstverständliche Art und Weise, weil man halt Geld verdienen musste, weil man wusste, genau hier ist der Platz, wo es geht und hier richtet man sich ein. Und das hat man auch auf eine sehr selbstverständliche Art und Weise getan. Das heißt, ich habe in meiner Kindheit schon eine Situation erlebt, für die man heute so Plätze wie New York oder so lobt, weil da so viele Nationen aufeinander stoßen. Ich meine, gut, bei uns sind jetzt keine Chinesen oder Japaner rumgelaufen, aber der Rest Europas war schon da. Man muss schon sagen, also wir haben viele, viele Nationalitäten, die da versucht haben, klarzukommen und alle auf auch eine Art heimatlos. Die hatten da plötzlich die Chance zu sagen, okay, was mache ich mit der Tatsache, dass ich, da gehe ich eh sowieso so gut wie nicht mehr hin oder ich gehe wieder hin und versuche hier das Geld zusammenzukratzen, um es mir da leisten zu können. Aber alle hatten über Jahre die Perspektive, da sich einrichten zu wollen und das haben sie gemacht. Also es war so. Das hat sich später ein bisschen geändert, weil es kam dann noch eine große Flotte von Leuten aus den allerärmsten Gegenden, die wirklich nur quasi da geblieben sind, um wieder abhauen zu können, wenn sie genug Geld hatten. Aber die meisten sind einfach dahin geblieben, so eindeutig und haben es sich einfach so schön gemacht, wie sie dachten, dass es in Ordnung ist und haben natürlich auch noch neue Impulse bekommen. Ich sage, das Vereinswesen im Ruhrgebiet ist einfach beispiellos. Die haben einfach so viel wirklich Verschiedenstes hochgejatzt zu wirklichen Kultveranstaltungen. Also ich weiß nur, Taubenzüchter hat mal ein schönes Drehbuch geschrieben über Taubenzüchter. Das ist wirklich eine Klasse für sich, Leute, die auf diese Tauben wetten und die einkaufen und was da passiert, was da an den Wochenenden los ist, wenn die dann zu Hause sitzen auf ihrem Dachboden und zittern, dass diese Taube wiederkommt, weil die haben erstens viel Geld für die Taube ausgegeben und dann noch viel Geld auf sie gesetzt. Und wenn die nicht wiederkommt, weil irgendein Falke die geschlagen hat oder sich das blöde Vieh verirrt hat, was tatsächlich auch vorkommt, dann war es das. Dann ist eine Menge Geld weg und unten sitzt die Gattin, die natürlich das alles aus dem Haushaltsbuch streichen musste der man gegenüber das rechtfertigen musste. Ich meine, das war schon immer so. Es gab, ich erinnere mich, der größte Aufstand war im Ruhrgebiet, als das Geld überwiesen wurde. Das kannten die ja nicht. Es wurde ja in Solontüten ausgezahlt und plötzlich wurde es überwiesen. Erstens wusste die Frau dann genau, wie viel Geld es gab und zweitens musste man es irgendwie quasi über die Bank verwalten. Das war der Niedergang. Ich weiß noch, mein Vater hat geschimpft wie ein Rohrspatz. dass er das nicht mehr in die Hand bekam. Das war wirklich ein großer Einschnitt in die Männerdomäne. Das war ein echter Einfluss, den sie nicht so leicht verkraftet haben. Ich meine, man muss sich vorstellen, bei den Zechen war es ja so und auch bei den Stahlwerken, du kamst raus aus dem Fabriktor und hattest Straßen vor dir, wo fast an jeder Ecke eine Kneipe war. Das heißt, die mussten jetzt einfach, hatten jetzt kein Geld mehr in der Tasche, kamen da raus wie am Ende der Woche oder in der Hälfte vom Platz und hatten jetzt nicht mehr die Möglichkeit, mal eben irgendwo rein, sondern mussten sich Geld von der Bank holen, was hat es dann die Frau gemacht, was sie tagsüber nicht konnten, und ihnen das in die Hand drücken. Und das war für die ein Kulturschock, eindeutig. Du bist ja in der Zeit aufgewachsen, also auch dann, als du wieder zurück warst im Pott, in der Zeit, in der Väter- und Väterfiguren oder Väter- und Vaterfiguren, so rum, in der Väter- Moment, in der Väter- und Vaterfiguren ja oftmals eher so anonyme, distanzierte Gestalten waren, weil sie oft eine tragische Kriegsvergangenheit hatten, weil sie ein unfassbar hartes Leben hatten, um überhaupt irgendwie Geld zu bekommen oder zu verdienen, um die Familie um die Runden zu bringen. Die Beziehung, die du zu deinem Stiefvater beschreibst, ist ja aber eine ganz andere, die ist ja eine durchaus sehr, sehr enge, eine sehr, vielleicht würde schon sagen, sehr emotionale auch von beiden Seiten. Wie erklärst du dir, dass das ausgerechnet auch noch jemand, der ja nicht dein leiblicher Vater ist, sondern eben auch dein Stiefvater war, dass da so eine enge Beziehung in dieser harten Zeit entstehen konnte? Ich denke, das hat ein bisschen damit zu tun, weil er mein Stiefvater war, weil ich beschreibe das auch mal zwischendrin, dass ich glaube, das größte Problem zwischen Vätern und Söhnen ist, dass die Söhne in irgendeiner Weise sich an den Vätern messen. Das heißt, der Vater auch erwartet, dass man sich an ihm misst. Und die Erwartungen der Väter gegenüber Söhnen führt sehr oft zu ganz großen Tragödien. Ich weiß das, weil ich ein paar Freunde auf diesem Weg verloren habe, genau dadurch, weil sie immer versucht haben, ihren Vätern gerecht zu werden, was bei Müttern nicht so der Fall ist. Mütter haben so einen anderen Einfluss, der ist nicht getrieben von dieser Beweiskraft. Und das muss man ganz klar sagen. Also die ersten Heroin-Toten, die ich gesehen habe, die ich selber persönlich, das waren Söhne aus gutem Hause, die es nicht geschafft haben, das Verhältnis mit dem Vater in die Reihe zu kriegen. Nicht mit der Mutter, es war immer der Vater, es war immer der Vater. Das war derjenige, der Ansprüche gestellt hatte. Deswegen kann ich es nur sagen, also wenn ich mir mein Schicksal betrachte, dann kann ich eigentlich jedem nur wünschen, in einer armen Familie geboren zu werden, weil dann geht es nur aufwärts. Wenn du schon mal etwas rechtfertigen musst, also das Geld aus irgendeiner Vorgeschichte deiner Familie, das ist nicht einfach. Du musst halt einen gewissen Status herstellen, ohne dass du selber erstmal geworden bist. Das hängt schon wie ein Damoklesschwert über dir und du musst damit klarkommen, du musst das rechtfertigen, dich rechtfertigen für dieses Geld und das ist, glaube ich, ganz tragisch. Ich kenne das nur aus den Erzählungen und ich weiß immer, dass da ganz tiefe Gräben ausgehoben wurden, die nie wieder zugeschmissen werden konnten und die ziehen sich durch das ganze Leben. Also es ist irgendwie, dass man überhaupt das Gefühl hat, dass eine Rechtfertigung für dieses Leben zu haben ist, für viele Söhne aus guten Häusern ein Riesenproblem. Gibt es aber auch aus Familien, in denen anfangs nicht wirklich Geld da war und wo sich die Väter dann mit viel, viel Aufwand hochgearbeitet haben und eigentlich in so einer ständigen Situation der Überforderung und der Selbstzweifel unterwegs waren und genau diese Selbstzweifel, diesen Druck, den sie selbst verspürt haben, an ihre Kinder weitergeben und kann ich eigentlich auch Bücher drüber schreiben. Es gibt da bei uns einen schönen Spruch, das ist, das Schwein vergisst als erstes, dass es auch mal ein Ferkel war und das ist genau das, was da begreift, das ist das. Sofort, wirklich, also das ist ja, das merkwürdigerweise, dass die Leute wirklich nicht mehr, also die vergessen sofort, wenn sie in der Lage waren, irgendwie hochzukommen, woraus sie hochgekommen sind und wie sie dahin gekommen sind, da zählt dann nur noch vorne, 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 Priorität. anderes Wort für den großen Verführer. Jetzt hast du dir ja, also wenn wir dieses, diese, diese Vaterbeziehung auch nochmal so ein bisschen weiterspinnen, oftmals kommt man ja dann in so eine Situation, wo der Vater eigentlich schon eine relativ, oder auch die Mutter, geht ja beides, eine relativ klare Vorstellung davon hat, was, was aus dem Sohn oder der Tochter werden soll, also entweder das gleiche, was die Eltern schon gemacht haben oder was ganz was anderes, was besseres, als man selbst gemacht hat und so weiter und so fort. Jetzt hast du dir ja, würde ich jetzt mal, wenn man auf deinen Lebenslauf so ein bisschen blickt, durchaus einiges selbst erlaubt im Sinne von ausprobieren, wo die Reise denn eigentlich hingehen soll. Wie, wie hast du das erlebt im Rückblick? Also war das für dich selbst so ein Stück weit Herausforderung erst mal herauszufinden, wo du eigentlich hin willst oder war es so ein Stück weit gelebte Freiheit oder es dir selbst zugestandene Freiheit, das einfach mal zu testen und zu schauen, wo will ich eigentlich hin? Ja, das würde ich eher sagen, weil es gab so Auslöser, war ja diese, meine Zeit beim Grenzschutz, wo ich meinen Wehrdienst abgeleistet habe, zwangsweise und auf die, wirklich mit der, mit dem Gesicht in, in, in den, in den Schlamm der, der Alt-Nazi- und, und Psychopathenabteilung gedrückt wurde, die fast ausnahmslos Situationen hergestellt hat, dass man sagen kann, okay, bitte, wenn da unsere Rechtsstaatlichkeit endet, dann stimmt was nicht. Das hatte ich vorher nicht, das Gefühl. Ich war relativ blauäugig vorher, muss ich ehrlich sagen. Also, ich war ja nur noch ein Fernsehkind, das mit den ersten Fernsehstunden groß geworden ist und ich habe das immer sehr genossen, muss ich sagen, mit meinem alten Herrn, vor der Glotze zu sitzen und, und mir halt alles mögliche an Tierfilmen oder, wir haben ganze Bundestagsdebatten angeguckt, weil das einfach so spannend war und dann kommst du plötzlich in so eine, ja, in so eine kleinteilig durchorganisierte, alte, alte Geschichte, die, bevor man sagen muss, da, die haben ja nicht nur, wir haben ja nicht nur Waffen aus dem Dritten Reich gehabt, sondern auch die Köppe zum Teil und dann habe ich mir gedacht, das ist, da bin ich erst mal drauf gekommen, dass natürlich der alte, der alte Bodensatz des Dritten Reiches tatsächlich noch agil war, die waren ja noch in den, saßen in den Gerichten, die saßen noch in den Kasernen und das war für mich ein richtiger, geener Schock, muss ich sagen. Ich habe das am Anfang gar nicht glauben können und dann habe ich danach gesagt, okay, man, da muss man was tun, da muss man raus und das war der erste Schritt zu sagen, okay, wie kann man das machen und ich bin sofort danach in die Häuserbesetzungs-Szene gewechselt und habe da einfach losgelegt und das war sehr befreiend für mich, muss ich sagen, weil endlich mal wurden die Dinge diskutiert, von denen ich wusste, dass sie zu diskutieren sind, aber einmal gedacht habe, dass der Staat sie lösen würde und war mir klar darüber, das passiert nicht, also müssen wir Impulse setzen und das habe ich dann gerne auch gemacht und habe dazu aber dann ein Leben geführt, das selbstbestimmt war und das habe ich sehr genossen, muss ich sagen. Du bist ja bis heute auch durchaus nicht derjenige, der mit seiner Meinung irgendwie da ruhig bleibt, sondern der auch sich durchaus mal politisch äußert, der auch durchaus mal sich auch innerhalb der Branche quasi durchaus mal kritisch äußert und sich da auch einsetzt, um Dinge auch zum Positiven zu verändern. Was hast du denn in all diesen Jahren zwischen der Hausbesetzerzeit und der Art und Weise, wie du das heute machst, was hat sich denn da verändert? Also hast du irgendwie die Mechanismen heute besser verstanden, um wirklich eine Wirkung zu erzielen oder wie würdest du sagen, bist du milder geworden oder bist du immer noch genauso rebellisch wie damals vielleicht? Ich kann eher sagen, ich bin diplomatischer geworden, weil ich habe begriffen, dass Demokratie nur so funktioniert, dass erstmal alle alles sagen müssen. es ist schwierig, weil man braucht eigentlich für eine Demokratie eigenverantwortliche Menschen und die gibt es so gut wie kaum. Also die meisten wollen dann doch irgendjemand haben, der eine Verantwortung für sie übernimmt, egal an welcher Ecke. aber es ist tatsächlich nicht, das Modell ist gerade deshalb momentan wirklich so ein bisschen unattraktiv, weil es nicht besonders zielorientiert ist und sehr leicht in Störfelder gerät. Das heißt, wir haben ja hier uns zum Beispiel in der BRD haben wir jetzt 16 Jahre Frau Merkel, die natürlich nach außen geglänzt hat, aber in politisch eine reine Katastrophe war und zwar eine der übelsten Sorte und dann unter solchen Pfeifen 16 Jahre zu leben wie diese CSU-Verkehrsminister, die uns zweimal zugemutet wurden, die Wahnsinnsschaden an der Menschheit begangen haben, gerade in diesem Lande und die man wirklich eigentlich beide einsperren sollte dafür, wirklich auch lange einsperren sollte, weil sie tatsächlich mit ihrer Chuzpe wirklich Volksschädlinge sind, um diesen alten Scheißbegriff zu verwenden, aber es ist so und dann passiert aber nichts, es passiert nichts, es werden diese Maskengeschichten, die jetzt gelaufen sind, laufen an den Gerichten durch und es passiert ihnen nichts, den Bankern ist nie was passiert und dass unsere Bürger keine Vertrauen mehr in die Rechtsstaatlichkeit haben, hat fatale Folgen, das ist einfach so und ich verstehe sie gut, ich verstehe das gut, wie soll man den Kindern und sich selbst noch das Gefühl von Gerechtigkeit vermitteln, wenn sie nicht stattfindet, wenn man sie mit dem Geld, das man hat, biegen kann, das sehen wir an den großen Playern auf der Social Media Seite, das sehen wir überall, das heißt, wenn du die Lage, die Möglichkeit hast, das Geld zu haben, dann kommst du überall raus oder du hast die Beziehung und das ist einfach nicht okay, das war nicht so, in den Wirtschafts- 200 Jahren jedenfalls nicht so offen und man muss sich da nicht wundern, wenn das Vertrauen in die Demokratie sinkt und sinkt und ich hoffe, dass die neue Regierung, die ich zum Teil ganz gut finde, leider ist immer noch die FDP dabei, das weiß man auch nicht, die hätte schon vor Jahrzehnten aussterben sollen und das ist wie so Unkraut, die kommt immer wieder hoch, also dann ginge es schon besser, muss ich sagen, aber es ist erstaunlich, wie gut die noch stehen, obwohl da jetzt gerade irgendwie alles über ihnen zusammenzubrechen scheint und die Anforderungen einfach extrem sind, also wirklich extrem, dagegen hat sich Frau Merkel 16 Jahre lang die Raute geschaukelt, keine Frage, aber das ist eine Situation, mit der man klarkommen muss, du musst einfach einsehen, dass die Demokratie nicht anders funktioniert ist und es müssen alle auf eine Augenhöhe gebracht werden und jeder muss da abgeholt werden, wo er ist, sonst geht das nicht, also wir können nicht einen Schnitt machen und sagen, okay, wer dann zu dämlich ist, der bleibt da draußen vor, obwohl ich wirklich immer wieder erkennen muss, dass ganz, ganz viele Leute der Führung, nach Führung betteln und nicht wirklich eigenverantwortlich sein wollen, die verweigern es, mit denen muss man natürlich auch umgehen, aber so ist Demokratie, sie ist halt langsam, sie ist ein einziges Rundschreiben, in dem jeder mal gesagt haben muss, du hast doch auch unterschrieben, das war ja nicht nur ich, die Auslagerung von Verantwortung, das ist die Demokratie gerne auch und deshalb, sie ist momentan nicht sehr attraktiv, muss man klar sagen. Kann denn diese Form, dass jeder darf mitsprechen und jeder darf auch irgendwie sich beteiligen und also das Ganze führt ja dazu, dass alles sehr viel langsamer geht und alles sehr viel behäbiger ist, dass es auch keine radikalen Veränderungen gibt, weil du gerade die FDP angesprochen hast, wir hatten gerade in der letzten Episode Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu Gast und ich habe auch gesagt, wir kennen doch so viele Probleme, die wir haben, schon so lange und die sind auch unbestritten da, da müsste man doch mal irgendwie radikal durchgreifen und mal so ein paar Sachen, wo man sagen würde, es ist irgendwie Common Sense, dass da ein Problem ist, einfach mal radikal verändern und dann hat sie dann den sehr ernüchternden Satz gesagt, mit radikalen Veränderungen macht man nun mal keine Politik, aber also müssen wir nicht mal irgendwie mit dieser steigenden Komplexität, von der wir ja alle immer reden, diese immer schneller werdende Veränderung, stellen wir uns da nicht eigentlich konstant selber ein Bein und stehen uns im Weg, die Zukunft zu gestalten? Ja, das ist natürlich ein klares Veto für autoritäre Systeme, klar, weil da kann man Entscheidungen stellen und sie durchsetzen innerhalb kürzester Zeit, das ist klar, das in dieser Hinsicht bessere Modell und deswegen findet es ja weltweit mehr und mehr Zuspruch, keine Frage, wenn das Gefühl auftaucht, man treibt auf den Abgrund zu, dann werden die Leute rigider und wollen natürlich schreien umso lauter nach Führung, Führung, Führung. Es ist richtig so, klar, dass aber wir sind immer noch ein gutes Modell, keine Frage. Wir müssen nur, und die Bürger müssen merkwürdigerweise über ihren Schatten springen, weil die Politiker tun es nicht. Wir müssen die, ja, wir müssen die Bürger darauf, dazu auffordern, zu sagen, okay, es ist tatsächlich das einzige System, das mir auf lange Sicht Freiheit lässt und insofern muss ich in Kauf nehmen, dass da manchmal einfach, es einfach zu lahmarschig zugeht, ganz klar. Und es ist natürlich in der Macht der Bürger zu wählen, aber das ist dann auch der Punkt, wo es aufhört. Es gibt dann so Dinge, von denen ich sage, dass sie grundlegend geändert werden müssen, ist zum Beispiel die Legislaturperiode muss länger sein. Also vier Jahre sind einfach zu kurz. Die Leute haben sich nach einem Jahr gerade eingearbeitet, erarbeitet, dann versuchen sie in irgendeiner Form auf Touren zu kommen und dann fangen sie schon wieder an, für die nächste Wahl zu denken. Das heißt also, wer als Politiker schon die Wiederwahl im Auge hat, kann nicht funktionieren. Der kann nicht funktionieren, weil er von den Zwängen der Lobbyisten ausgehend bis hin zu den Zwängen, sich selbst in irgendeiner Weise zu retten in die nächste Legislaturperiode komplett überfordert ist. Das heißt also, da gibt es kaum eine Chance zu sagen, wie soll das gehen. Da wären sechs Jahre die bessere Lösung. Und dann muss man die Leute halt verantwortlich machen. Das heißt, du kannst nicht auf diese, auf Dauer auf diese Immunität bauen und da müssen die Leute untereinander auch tatsächlich wirklich rigoroser werden. Das heißt, wir müssen uns, wir müssen uns, wir sehen es ja gerade an den öffentlich-rechtlichen Anstalten, wir müssen ganz klar von der Bürgerseite mehr Kontrolle haben über das, was da abläuft, weil in sich, sagen wir jetzt mal, unabhängige Systeme haben immer diesen Drift, tatsächlich irgendwann selbstherrlich zu werden. Und das sieht man bei den öffentlich-rechtlichen Sendern eindeutig. Im Laufe der Jahre haben wir Chefredakteure an uns vorbeiziehen lassen, die wirklich gewöhnungsbedürftig waren und die sicherlich ihre Macht ausgekostet haben, wo selten mal bescheidene Menschen dabei waren, die mit uns auf Augenhöhe waren. Das sind kulturell hochstehende Einrichtungen, in denen das schon schief geht und dann muss man sich nicht wundern, wenn das in den Niederungen der Kommunalpolitik und der Landespolitik tatsächlich in rauen Mengen passiert. Das ist schwierig. Einfach schwierig. Aber es gibt so ein paar Dinge, die, also wir müssen halt die Abgeordneten besser kontrollieren, das heißt die, wir haben ja Instanzen, die sich langsam rausgebildet haben und die das auch machen könnten und die müssen wir fördern, die müssen wir fördern und müssen dafür sorgen, dass da Klarheit herrscht. Das ist, die dürfen keine anderen Jobs machen. Das ist ausschließlich so. Die haben eh schon, die sind eh schon mit ihrem Salat, den sie machen müssen, überfordert. Wenn die nebenbei noch versuchen, irgendwo sich für die Wirtschaft schon mal fit zu machen, das muss unterbunden werden. Eindeutig. Jetzt hast du gerade diese Selbstherrlichkeit angesprochen. Ich hatte gerade letzte Woche da so ein sehr augenöffnendes Erlebnis. Ich dachte nämlich immer, dass wir in Deutschland schon ganz schlecht darin sind, irgendwie so eine gewisse Betroffenheit auch für Themen, die so in dieser Welt passieren, zu entwickeln und wir eigentlich immer noch so lethargisch irgendwie herumsitzen und nicht wirklich bereit sind, irgendwas zu tun, geschweige denn, irgendwas von unserem Wohlstand einzubüßen, um anderen vermeintlich oder auch tatsächlich zu helfen. Ich war jetzt eine knappe Woche in London und das erste Mal seit Ausbruch der Pandemie und was ich da erlebt habe, ist eine komplette Abstinenz von Weltproblemen, wenn man es irgendwie so sagen möchte. Also es ist wirklich, niemand beschäftigt sich dort augenscheinlich, niemand beschäftigt sich dort mit den großen Problemen, die wir gerade auf der Welt haben. Also man hat das Gefühl, der Brexit hat gewirkt wie so eine große Mauer, die man einmal um die Insel aufgebaut hat und seitdem redet niemand mehr darüber, was eigentlich außerhalb passiert und das einzige Problem, was alle langsam feststellen, ist, dass die Lieferketten nicht mehr funktionieren und dass das irgendwie man jetzt einen Ausweis braucht, wenn man in die EU reist. Also genau diesen Punkt müssen wir eigentlich irgendwie vermeiden, oder? Also auch als Europa, als Ganzes, dass wir nicht irgendwann dastehen und sagen, naja, bei uns irgendwie alles ist ja noch so einigermaßen okay und wir wollen von den großen Problemen gar nichts wissen und dann rennen wir aber auf die ganz, ganz große Katastrophe sehenden Auges irgendwie zu. Ja, ich glaube, eines der ganz großen Probleme ist, dass wir in den letzten Jahren einfach komplett, also ich denke mal, die Bevölkerung der EU ganz besonders, die nun einen relativ großen Meinungsumfang hat, wo ganz viel Information einfach relativ auch, sagen wir mal, vielfältig an sie herangetragen wird, überfordert ist. Also der Mensch an sich ist mit der Globalisierung, glaube ich, überfordert worden. Mit dem Tempo der Globalisierung plötzlich nicht mehr nur die Probleme im eigenen Land und dem kleinen Umfeld, sondern das Problem Welt vor sich zu haben, das war für die Leute einfach zu viel. Und ich verstehe gut, dass das jetzt nach dem Brexit, wo man feststellen muss, eine Hälfte des Landes hat offensichtlich eine ganz andere Brille auf als der Rest. Wie kommen wir damit klar, dass sie dann einfach sagen, na gut, dann gucken wir einfach nicht mehr hin. Machen wir jetzt einfach mal so, weil jetzt sind wir ja sowieso kein Teil mehr davon. Und die Amis wollen auch nichts mehr von uns wissen. Also stehen wir jetzt da und machen jetzt einfach weiter. Jetzt ist dieser durchgeknallte Präsident weg, der Premier weg. Und jetzt wird halt nach Hausmanns Art weitergemacht, bis es nicht mehr geht wahrscheinlich. Und ich kann das sehr gut verstehen. Ich kann das wirklich gut verstehen. Und ich kann auch Leuten nur raten, dass sie sich nicht komplett überfordern sollen mit den Anforderungen eines Weltbürgers. Das ist, es gab mal eine Bewegung in den 70er-Jahren, war das noch? Small is beautiful, hieß die. Da ging es darum, dass man politisch einfach sich nur nach dem orientiert, was man selber gesehen hat und was man aus, also quasi Informationen aus erster und höchstens zweiter Hand. Weil wir haben ja inzwischen, das ist ja wirklich jeder, jede Halbwahrheit hat ja die Chance in unserem Universum sich auszubreiten, wirklich in einer Art und Weise, dass man einfach das Grausen schütteln muss. Und diese Überschneidung von, weiß ich, von Millionen, von Halbwahrheiten, das ist einfach ein Wahnsinnskosmos, in dem sich keine Sau mehr zurechtfindet. Und Glaubwürdigkeit ist etwas, das kann man heutzutage, glaube ich, nur noch, ja, im Beichtstuhl finden oder so. Aber es ist irgendwie, es ist so wirklich obszön geworden, das Mitteilungsbedürfnis der Leute und die Glaubwürdigkeit hat das auf einer Schussfahrt, das ist schon wirklich extrem. Und wer das nicht aushält, sollte einfach keine Zeitung lesen, sondern sich nur noch auf das verlassen, was die Leute immer wirklich, was er sieht oder so. Ich kann es wirklich nur sagen, es ist, ich verstehe das sehr gut. Wenn wir nochmal auch auf deine, deine Kindheit, die Jugend zurückkommen, ich habe immer das Gefühl, aber da kann ich auch völlig falsch liegen, aber ich habe immer das Gefühl, in dieser Zeit, also die 50er, 60er Jahre, war ja eigentlich, wenn, ich glaube, wenn wir die Leute von, was ich mich immer frage, wenn wir die Leute, die wir heute haben, die heute in dieser absoluten Überforderung leben, in dieser Nicht-Existenz von Resilienz leben, wenn wir die in die damalige Zeit packen würden, was würdest du sagen, ist die, wäre die Überforderung dann quasi exorbitant groß oder verklären wir manchmal den Blick darauf, wie schlimm oder wie schwierig es den Leuten damals ergangen ist? Ich glaube, dass die marginalen Bedingungen seiner Zeit sehr bestimmend waren. Ich glaube, da waren kleine Schritte, waren schon toll. Das heißt also, der Anspruch an sich selber war noch, würde ich sagen, gesund. Das war so, wie das Wachstum auch relativ gesund war. und es gab ja nie eine Zeit, die wieder diese Form von Chancengleichheit hatte, wie die Zeit der 60er und 70er Jahre, muss man eindeutig sagen. Also, ich würde das als Kur empfehlen. Wenn ich jetzt meine Kinder sehe, würde ich sagen, wenn ihr die Zeit nochmal erleben dürftet, das ist wie eine Kur. Also so ein bisschen auch sich über die kleinen Dinge wieder freuen können und Fortschritte auch wirklich mal wieder wahrzunehmen. Es sieht ja so aus, als wenn alles besser würde. Und ich meine, wir dürfen uns nichts vormachen, solange die Blockstaaten existierten, gab es ja eine, sagen wir jetzt mal, eine ziemlich große Sicherheit. Die ist ja erst dann komplett zerbröselt, als man gedacht hat, die große Freiheit bricht überall aus. Aber großer Fehler. Ganz, ganz großer Fehler. Als die Fronten klar waren, konnte man leichter leben. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall. man weiß nicht mal mehr, welche Staaten wirklich freundlich sind und welche nicht. Also, weil das kann ja jederzeit kippen. Das ist so. Es ist richtig, ja. Ein leicht pessimistisches Schlusswort sozusagen. Aber ich glaube, am Ende des Tages müssen wir das Beste aus der Situation heute machen. Und ich glaube, der erste Schritt dahin ist, dass wir erst mal wieder uns darüber bewusst werden, sehen, wie gut es uns irgendwie eigentlich geht. Ja. Und wir das wieder zu schätzen lernen und dann auch bereit sind, dafür einzustehen. Ja. Und nicht nur die Füße auf dem Sofa hochlegen und sagen, naja, es wird schon alles so bleiben, wie es ist. Ja, wir müssen was tun. Die Bürger müssen was tun. Und die, die nichts tun wollen, sollen wenigstens das Maul halten. Ja. Das wäre mein frommer Wunsch für die Zukunft. Ja, also, das ist dann vom Sofa aus nochmal Kritik üben. Das kann man sich wirklich sparen, Kinders. Wirklich. Absolut. Ich danke dir sehr für deine Zeit und fürs Vorbeikommen. War ein großer Spaß. Danke dir.